Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüsse Sie herzlich heute Abend zu dieser außergewöhnlichen Gelegenheit, sich mit einem der ganz großen Schweizer Künstler persönlich unterhalten zu dürfen und ich begrüsse hier natürlich sehr, sehr herzlich Hans Ernie. Hans Ernie, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie hierher kommen und wir sind froh und wir erstaunen und wir bewundern natürlich auch Ihre Wiffheit, wie Sie hier heute Abend sind. Denn wir werden uns, das kann ich Ihnen verraten, schon überzeugen können, dass ein 100-Jähriger, wir haben uns vorher gleich darüber unterhalten, sozusagen wieder, wie nochmal von vorne beginnen kann mit Zählen bei 100. Das ist wirklich eine Freude, Sie hier zu haben in dieser Ausstellung, die Ihr Werk ja relativ breit darstellt, seit längerer Zeit, vor allem wieder mal in Luzern, Ihr Werk in einem großen Umfang auch zugänglich macht. Also herzlich willkommen, Hans Ernie. Ich freue mich natürlich sehr, hier in dieser Umgebung von Herrn Fischer diese Ausstellung nochmals besuchen zu können, aber ich staune über die Anordnung der Werke, die Herr Fischer so eigenartig selbstständig gemacht hat, auch die ganze Wahl der Werke. Das ist vielleicht die mitgehende Originalität dieser Ausstellung, denn ich habe dazu nichts anderes gemacht, als die Bilder gegebenen, aber ich freue mich, dass wir hier noch einmal zusammenkommen und vielleicht doch ein paar Sachen besprechen können, die irgendwie doch eine Ergänzung zu den aufgehängten Bildern da ist. Es ist natürlich schon so, dass ich nicht als Sprecher, sondern als Maler hier bin und das Wahre, das ich sagen kann, weitgehend doch bildhaft Äußere. Sie sind ja verschiedentlich schon jetzt in der Ausstellung gewesen, Sie hatten natürlich vor der Eröffnung schon einen Blick hier herein gewagt. Und ich denke, für Sie muss ja das auch noch speziell sein, Sie haben ein Werk, das tausende Bilder, Zeichnungen, Objekte, ja zigtausende umfasst und die sind ja meistens irgendwo im Keller oder eingeschlossen und nun plötzlich, es sind immerhin gut 200 Arbeiten von Ihnen zu sehen. Begegnen Sie Ihrem Werk hier in dieser Ausstellung in einer Form, wahrscheinlich die für Sie selten ist? Was empfinden Sie da? Ist man da irgendwie stolz oder ist man da überrascht oder ist man da vielleicht sogar angeregt? Was sind Ihre Gefühle mit in Ihren Werken? Weder Stolz noch Rührung sind da, denn vorwiegend ist man ja auf die Zukunft hingerichtet und denkt gar nicht sehr viel an die Gegebenheiten, die vergangen sind. Deshalb dann denke ich, hier bewege ich mich in einem Teil meiner Arbeit, Herr Fischer hätte ebenso gut noch eine Ausstellung machen können und sie wäre ebenso gefilmt an gefilmten Pongwerker gewesen wie diese Ausstellung. Aber das ist ja eigentlich das Charakteristische, dass der Aussteller auch im gewissen Sinne seine Persönlichkeit in der Auswahl der Werke, damit zeigt er sich im Gegenbild des Künstlers. Denn er wählt, er stellt sie aus, er könnte die Wende Pflaster mitbilden, aber die Disziplin, das Weglassen ist in der Kunst halt doch etwas von wesentlich. Denn alles, was ja ein Künstler macht, ist so gut wie das, was er weglassen kann. Ja, da kommen wir mitten hinein in künstlerische Fragestellungen, in Fragestellungen der Abstraktion natürlich. Und Sie haben zu Recht gesagt, ich hätte gut eine zweite Ausstellung machen können, ich hätte ja noch zehn weitere Ausstellungen dieses Umfangs machen können. Und natürlich ist das eine Beschränkung, eine ganz gezichte Auswahl. Und wie Sie alle, die wahrscheinlich die Ausstellung gesehen haben, wie Sie unschwer festgestellt haben, habe ich ein Augenmerk, einen Schwerpunkt auf Ihr Frühwerk gelegt, wo auch Ihre künstlerischen Wurzeln aufzufinden sind, konkret nicht eigentlich in Ihr abstraktes Werk, das in den 30er Jahren entstanden ist und das auch in sehr jungen Jahren ja entwickelt haben. Wie wichtig waren in jener Zeit auch die Kontakte zu den anderen Künstlern. Sie haben in Paris ja wirklich das Who is Who der damaligen Kunstszene getroffen. Was war das für ein Erlebnis für Sie? Es war natürlich schon außergewöhnlich, außer Profils in die Stadt zu kommen und da mit so verschiedenen Charakteren zusammen zu sein. Aber diese ersten Jahre waren ja weniger, noch weniger in Beziehung zu anderen Künstlern. Denn erst etwa fünf, sechs Jahre nachdem ich da in Paris angekommen habe, hatte ich die Möglichkeit, von den Kollegen, die ja von allen Seiten zusammenkamen und jeder in seiner Originalität etwas mitbrachte, sogar sodass die die Anregungen zum Verlassen der eigenen Sache, die man in der Provinz, also ich erwähne jetzt Provinz unsere Stadt und das ist vielleicht eine Beleidigung, aber es ist doch so, dass sie, wenn sie fortgehen, allerlei weglassen müssen über ihre Gegebenheiten und sie, wenn sie offen sind, wenn sie ihre Perspektiven sichtbar und empfindbar machen, dann glaube ich, sind die Einflüsse, die sie aufnehmen, doch in den ersten Jahren ganz wesentlicher. Und so glaube ich, dass wir doch weitgehend mit dem Hauptbild, das Sie ja eigentlich im Vordergrund gezogen haben, nämlich die Abstraktion, dass wir einige Worte über diese Abstraktion doch verlieren. Denn die Erziehung in der Kunstwerbe Jumel und so weiter ist ja eine Erziehung zum Beobachten, um zu beobachten und zu wiedergeben, das Beobachtete zu formen, aber weitgehend die Natur als das Leidmittel doch vor sich zu haben. Und wenn sie dann im das Zentrum der Malerei in Paris ist, in einem gewissen Sinn da ein Zentrum der Aktivität im Malen gewesen, das war doch schon für mich recht überraschend. Aber es hat eine gewisse Parallele gegeben. Ich hatte ja eine Lehrzeit als in der Architektur gemacht und ich wollte eigentlich Architekt werden. Und diese Erziehung zum Architekturalen ist natürlich auch heute noch sichtbar in meinem Werk. Aber damals war das Architekturale im Zusammenhang mit der Abstraktion, die überall ja mit Mondrian und so weiter die Basis zeigte. Denn es war die Basis, es war das der Beginn der Abstraktmalerei und es war mir sicher nicht allzu schwer, die architektonisch schon gegebenen Kenntnisse weitgehend im Bild festzuhalten und auch meine eigene Haltung im Weglassen natürlicher Formen umzuwandeln in ebenso natürliche Formen, die abstrakt genannt werden. Aber ich muss hier doch klar sagen, Abstraktion ist in jedem Werk der Kunst, ob es nun ein Vionist, ein Schreiber oder ein Maler ist, alles was man ja äußert, ist ja eine Abstraktion, ob das nun wiedergegebene Natur sei oder die Empfindung einer Kraft des Technischen, des Wissenschaftlichen, das eben nicht notwendigerweise mit der Optik des natürlichen Erlebens notwendig zusammenhängt. hier Vielen Dank.